Wo laufen wir hin? Dahin, wo eine Chance ist, diesem Grauen hier ein Ende zu setzen. Was war das? Das scheint uns jemand nicht zu mögen. Das war eindeutig ein Schuss. Moment mal. Nein, das glaube ich nicht. Du kennst sie? Oh mein Gott! Schimmel! Was ist da passiert? Karen, sei vorsichtig. Diese Person ist nicht mehr die, die du kennst. Sibyl, was machst du da? Karen, schnellst du dir auf. Wir müssen hier verschwinden. Sie ist infiziert. Was sollte das, Sibyl? Hörst du schlecht? Das ist nicht mehr Sibyl. Das ist nur ein Körper. Nein, bitte. Sibyl sagt, dass das nicht wahr ist. Bitte. Es ist traurig, Karen. Aber du musst dich jetzt zusammenreißen. Bitte. Lass uns hier verschwinden. Ich kann nicht, Alessa. Verstehst du denn das nicht? Ich kann sie hier nicht alleine zurücklassen. Das schaffe ich einfach nicht. Sie hat mir doch geholfen. Ja, Sibyl hat dir geholfen. Das ist aber nicht Sibyl, sondern ein Zombie. Sibyl ist tot. Arassa! 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 Oh, oh, oh. Karen! Aber es ist die Schwerfeld. Wir müssen weiter. Wo warst du? Mir kann diese Welt nichts antun. Schön für dich! Ich versuche dir hier zu helfen, Karen. Wir müssen uns behalten. Ich kann nicht mehr, Alissa. Beschiffst du denn das nicht? Ich habe keine Nerven mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte nur noch nach Hause. Dann musst du mir folgen, Karen. Wenn du hier rumsitzt und zweifelst, kommst du nie und nimmer nach Hause. Du willst dich doch nicht fangen lassen von dieser Welt, oder? Nein, da hast du recht. Dann bitte komm jetzt. Ich zeige dir den Grausklang aus dieser grausamen Welt. Gib mir deine Hand. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zum Laufen. Wo sind wir? Wart's nur ab. Gut gemacht, Alissa. Du hast sie hergebracht. Ja, wer hätte das gedacht? Auferlässig ist eben Verlass. Was? Was soll das jetzt heißen, Alissa? Es tut mir leid, Karen. Es ging nicht anders. Was soll das heißen? Alissa, komm her, mein Mädchen. Das hast du gut gemacht. Alissa hat gute Arbeit gelastet. Sie hat dich hierher gebracht. Jetzt wirst du die neue Welt zu spüren bekommen, Karen. Alissa hat mich die ganze Zeit nur benutzt? Sie wollte mich nur hierher bringen? Ja, du bist eben nicht ganz hell im Kopf. Mary! Jetzt wirst du staunen. Oh mein Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020